hallo und schön dass ihr hier wieder mit dabei seid zurück in der verlorenen galaxie auf dem planeten saugkraft hält geht es nun weiter mit den sammelobjekten denn auch hier sind wieder fünf bots und zwei weitere puzzle teile ich werde euch im video wieder exakt zeigen wo ihr alles findet unten in der video beschreibung findet ihr außerdem wieder eine timeline so könnt ihr euch exakt das raussuchen was sie für euch braucht jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem video wenn es euch gefallen hat wenn es euch geholfen hat lasst gerne einen daumen nach oben da abonnieren den kanal denn so verpasste hier doch auch kein weiteres video mehr bis dahin servus macht's gut es 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 Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020